Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Forge of Empires. Heute mit dem zweiten legendären Gebäude, das ich vorstellen möchte im Quick & Dirty Format. Und zwar ist das der Aachener Dom. Beim letzten Mal habe ich denen die Zeus-Statue vorgestellt. Die Zeus-Statue hat ja so als Besonderheit, dass die eine sehr, sehr geringe Grundfläche hat von nur 2x3 Feldern, also 6 Stück insgesamt. Wir sind hier beim Aachener Dom dann bei 24 Feldern, die er benötigt. Er kann gebaut werden ab dem frühen Mittelalter, also etwas später als jetzt beispielsweise die Zeus-Statue. Dennoch ist es ja ein relativ frühes Zeitalter, was ihr erreichen könnt. Und daher sollte die eigene Güterproduktion dafür nicht schwierig sein. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel in der Eisenzeit seid und wollt den schon aufbauen, was auch durchaus Sinn machen könnte, dann könnt ihr euch die Güter ja entsprechend erhandeln. Das sollte kein Problem sein. Welche Effekte bringt dieses Gebäude mit sich? Einmal eine Münzproduktion. Das könnt ihr hier vorne in dieser vorletzten Spalte sehen. Wie viele Münzen kommen denn da bei welcher Stufe rum? Und dann auch der Kampfesrausch, wie beim Zeus. Daher auch hier bis Stufe 10 ist es sehr interessant. Bringt der jeweils 3% mehr im Angriff und in der Verteidigung der angreifenden Armee. Und dann seht ihr das. Ihr braucht dann immer zwei Stufen, um im Prinzip ein weiteres Prozent an Kampf dazu zu bekommen. Das bedeutet hier bei diesem Gebäude, was das Leveln angeht, ich würde es mal als optionale Doppelernte bezeichnen. Wenn ihr einen Münzmangel habt, dann kann es schon Sinn machen, entsprechend zu warten, bis das Gebäude gelevelt wird. Also ernten, leveln, nochmal ernten. Aber wenn ihr sagt, naja Münzen spielen bei euch jetzt eigentlich nicht so eine große Rolle, dann könnt ihr das Ding im Prinzip durchleveln, so wie das auch bei der Zeus-Statue entsprechend gemacht werden kann. Ansonsten schauen wir uns mal an, sofern ihr die Arschenförderung nutzt. Wie sieht das Ding denn eigentlich im Förderrechner aus mit dem Eigenanteil? Wir haben hier sehr ähnlich der Zeus-Statue auf Level 10, auf Level 11 den höchsten Eigenanteil. Weil zunächst bei diesen kleinen Stufen, dann fällt der entsprechend ab. Wir haben dann hier irgendwo bei Level, ja hier 144, hier ist nochmal 144. Also ihr habt auf Stufe 42 und 44 den geringsten Eigenanteil, wenn ihr die Arschenförderung nutzt, von 144 Fortsprungen. Und dann geht es hier entsprechend hinten wieder nach oben. Ja, auch hier habe ich mir persönlich zum Ziel gesetzt, ich zeige das Gebäude mal hier bei mir, Stufe 61 zu erreichen. Ich habe jetzt fast die Stufe 60 erreicht, also das ist auch nicht mehr so weit hin bis da. Und natürlich reiht sich in diese Gebäude, was den Kampf angeht, der Zeus ein, der in der Regel ja schon vorher steht. Nach dem Aachener dann häufig das Castell del Monte, was auch ein sehr gutes Kampfgebäude ist. Und wenn ihr euch auf diesen Kampf so ein bisschen einlasst, gerade jetzt für die Gildenexpedition, um weniger Güter zu brauchen zum Verhandeln, oder vielleicht auch gar keine mehr irgendwann, und natürlich auch in den Gildengefechten, dann lohnt sich natürlich auch hier wieder in Verbindung damit das Alcatraz. Ansonsten, wie schon beim Zeus mal ganz kurz erwähnt, welche anderen Gebäude machen im, also optional in diesem Bereich Kampf noch Sinn. Das ist die Terrakotta-Armee, die ich im ersten Video schon erwähnt hatte. Das ist der Kraken, das ist die arktische Orangerie, und dann könnte man auch noch optional, optional entsprechend Bokemeji anführen, die ja, wie auch schon im Zeus-Video erklärt, nur dann den Effekt hat, wenn gekämpft wird, oder dann nur den Effekt zeigen kann. Genau. Ja, Wirkoprojekt brauche ich jetzt an der Stelle. Kann ich noch einmal erwähnen, in den Ring schmeißen, aber das soll dann auch schon reichen. Also Zeus und Aachener auf jeden Fall absolut elementare Gebäude, beide so früh wie möglich aufbauen, erstmal auf Stufe 10 ausbauen. Ich habe das immer abwechselnd gemacht, da ich so halt Forge-Punkte-mäßig den größten Nutzen für mich rausholen konnte. Schaut immer nach, womit könnt ihr jetzt aktuell mit den nächsten Forge-Punkten am meisten Prozente auf den Kampf draufbekommen, und dieses Gebäude wird dann einfach als nächstes gelevelt. Ich habe es, wie gesagt, beim Zeus und beim Aachener mache ich es immer noch so, dass ich den mal abwechselnd level. Genau. Gut. Das soll es dann an der Stelle auch schon gewesen sein hier. Ich wünsche euch viel Spaß in Forge of Empires und natürlich beim Errichten der legendären Bauwerke. Dankeschön. Ciao.